It´s Steve and Maggie. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Pass auf. Hallo, Jungs und Mädels. Hi. Ich spiele mit meinen Monster Trucks. Das ist das Beste auf der Welt. Nein, ist es nicht. Doch, ist es Maggie? Nein, ich kann es noch viel besser machen. Was? Abracadabra. Oh, Maggie. Was hast du gemacht? Ich bin echt klein. Aber das ist richtig groß. Schaut euch diesen riesen Monster Truck an. Wow. Das ist fantastisch. Ich würde so gerne mit diesem Monster Truck fahren. Maggie. Maggie. Kann ich mit dem Monster Truck fahren? Bitte. Okay. Mach dich bereit, Steve. Hihi. Los geht´s. Sei vorsichtig. Oh, Maggie. Sei vorsichtig. Okay. Los geht´s. Danke, Maggie. Hey. Das wird fantastisch. Los geht´s. Hey. Hey. Hallo Jungs und Mädels. Ich bin im Monster Truck Nummer eins. Hihi. Und welche Farbe hat Monster Truck Nummer eins? Genau. Er ist blau. Alle zusammen. Na los. Das ist ein blauer Monster Truck. Das ist ein blauer Monster Truck. Das ist ein blauer Monster Truck. Hey. Na los. Genießen wir die Fahrt. Mein Monster Truck ist groß und blau. Groß und blau. Groß und blau. Mein Monster Truck ist groß und blau. Mein Monster Truck. Wow. Wow. Das war ein Spaß. Das machen wir nochmal. Maggie. Bitte. Kann ich nochmal? Okay, Steve. Bitte, Maggie. Bitte. Abracadabra. Hey. Schaut mal, Jungs und Mädels. Welche Nummer hat dieser Monster Truck? Genau. Das ist Nummer zwei. Und welche Farbe hat er? Genau. Er ist grün. Alle zusammen. Das ist ein grüner Monster Truck. Das ist ein grüner Monster Truck. Das ist ein grüner Monster Truck. Gut gemacht. Na los. Auf geht's. Schneller. Mein Monster Truck ist groß und grün. Groß und grün. Groß und grün. Mein Monster Truck ist groß und grün. Mein Monster Truck. Toll. Nochmal. 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 Maggie. Oh. Kann ich noch mit einem weiteren Monster Truck fahren, bitte? Okay, Steve. Und noch einmal. Haha. Abracadabra. Haha. Spitze. Hey. Los geht's. Hey. Schaut mal, Jungs und Mädels. Also, welche Nummer hat dieser Monster Truck? Genau. Das ist die Nummer drei. Und welche Farbe hat er? Genau. Er ist grün. Was? Das ist nicht grün. Also, welche Farbe ist das? Haha. Ja. Das ist gelb. Ihr habt recht. Entschuldigung. Haha. Alle zusammen. Das ist ein gelber Monster Truck. Das ist ein gelber Monster Truck. Das ist ein gelber Monster Truck. Haha. Also fahren wir noch schneller. Mein Monster Truck ist groß und gelb. Groß und gelb. Groß und gelb. Mein Monster Truck ist groß und gelb. Mein Monster Truck. Haha. Haha. Das war spitze. Aber hey. Der rote Monster Truck sieht richtig schnell aus. Maggie? Kann ich noch mit dem roten Monster Truck fahren? Haha. Okay. Aber der ist echt schnell. Okay. Haha. Okay. Welche Nummer hat dieser Monster Truck? Genau. Das ist die Nummer vier. Und welche Farbe hat Monster Truck Nummer vier? Haha. Ihr habt recht. Er ist rot. Ja. Also alle zusammen. Na los. Das ist ein roter Monster Truck. 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 Haha. Also fahren wir richtig schnell. Mein Monster Truck ist groß und rot. Groß und rot. Groß und rot. Groß und rot. Mein Monster Truck ist groß und rot. Mein Monster Truck. Mein lieber Schwan. Das war schnell. Der schwarze Monster Truck kann nicht noch schneller sein. Oder? Maggie? Bitte, bitte, bitte. Kann ich den schwarzen Monster Truck fahren? Hihi. Ok. Der letzte. Spitze. Los geht's. Ok. Welche Nummer hat dieser Monster Truck? Genau. Das ist Nummer 5. Das ist mein Lieblings Monster Truck. Welche Farbe hat er? Genau. Er ist schwarz. Alle zusammen. Das ist ein schwarzer Monster Truck. Das ist ein schwarzer Monster Truck. Das ist ein schwarzer Monster Truck. Genau. Na los. Diesmal ultraschnell. Mein Monster Truck ist groß und schwarz. Groß und schwarz. Groß und schwarz. Mein Monster Truck ist groß und schwarz. Mein Monster Truck. Das war einfach nur verrückt. Jetzt muss ich mich mal hinlegen. Tschüss, Jungs und Mädels. Bis zum nächsten Mal.